Weißt du, diese Woche eher gesagt, da wäre ein guter Zeitpunkt, um da mal nachzuschauen, weißt du? Aber dann wärst du ja noch öfter weg. Dann wärst du ja die ganze Zeit oben. Entweder in deinem Gym oder da oder ja. Aber zum Beispiel, wir kollidieren hier zum Beispiel, wenn die Alina ihre Girls da hat, wie am Samstag war das, glaube ich, zum Beispiel so. Hier kollidieren, das ist ja auch heiß. Ja, nee, dann saßen die beiden halt am Esszimmer und haben mir dabei zugeguckt, wie ich Curve to the Zombies spiele und haben mir die ganze Zeit vor der Blicke zugeworfen. Und als ich dann hier die Couch geräumt habe und ins Schlafzimmer bin, dann haben die mich die ganze Zeit mit ihrem, ich glaube, die haben Fuck You Röte oder so eine Rotze da, was ich mir nicht mal sagen würde, haben die sich da reingezogen. Komm, gehen wir in den Military Base. Was? Ich dachte, ich dachte jetzt hier schön Quarry. Oh, ja, gut, dann Quarry. Alles gut. Oh, okay, 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 okay. Ja, dann. Na ja, auf jeden Fall, da haben wir uns so ein bisschen die Haare gekommen. Alina hat auch gesagt, da wäre das egal. Ist natürlich klar, dass ich ja nicht die ganze Zeit da oben rücken soll, ne? Okay, Leute, schicken wir uns ins Zeug. Das Ding ist ohne. Oh, geil. Jetzt meldet sich das Rektum. Ach. Gerade angefangen. Es meldet sich das Rektum. Immer wieder das Rektum. Schlimm. Schlimm, schlimm. Drecksnatur. Ich lass mich ins Doma machen. Ich kacke ihn nicht rein. Ja, da kackt man ja nicht in sich rein. Wird ja schon ausgeschieden. Patrick wird gejagt. Der Patrick wird gejagt. Das ist ein Sieg hier. Das ist ein Sieg. Ich spüre das mit Ansage. Auf dem Panzerkäste. Nice. Jetzt führst du dir direkt, oder? Ja, nö. Ich würde erst mal zu dir kommen, ne? Ah, nice. Dankeschön. An wie auch immer. Das ist spannend. Sollen wir direkt mal kaufen? Och ja. Wenn wir gerade hier sind. Wenn wir so viel Kohle haben. Ich leg die mal gerade hier hin. So, wir machen das safe. Wie war es uns? Nehmen wir doch auch. Ja. Ja. Meine Gelenke sind nur noch etwas kalt. Meine Fingergelenke. Das ist halt dasselbe bei mir. Ich habe auch nur ein bisschen hier in Schrecklage das Sessens gut gespielt. Ja, das könnte ein bisschen unhandlich werden noch. Außer wie die Totenstille angemacht. Ah, fail. Egal, da bin ich halt jetzt Totenstille. Schadet nix. Aha. 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 Nicht einen Schuss getroffen, ihr Loops. Nein. Komm zurück. Komm rein. Keiner auf dem Herzschlag-Sensor. Irgendwie aus der Richtung, oder? Ja. Von hinten auf jeden Fall. Kein Plan, Mann. Kein Plan, Mann. Können wir holen uns das Kopfgeld und gehen ein bisschen jagen, oder? Auf jeden Fall haben die schlecht geschossen, weil nicht ein Schuss traf. Deswegen. Hm. Auszuschalten. Das Gas kommt. Sollen wir uns da drüber bewegen? Oh, boah, die sind auf diesem blauen Haus. Sollen wir lieber dahin gehen, wo die gekauft haben? Da vorne bei unserer Kaufschuss, wo so blau markiert ist? Ja, von mir aus. Da haben sie nämlich gerade auch... Ich mache alles mit. Alles, was du willst. Ich könnte mir da ja ein bisschen Stress finden. Rechts ist ein Auto. Vielleicht geht die jetzt auch Kaufe. Nee, die gehen jetzt Kaufe. Doch, nee, doch. Komm. Der ist sicher sichtbar. Oder? Doch. Die gehen Kaufe. Der ist sichtbar. Das heißt, es ist nur einer. Der im Auto. Hier läuft irgendwer. 22 Meter, äh, zwei vor mir. Vor uns. Das war einer. Der ist hier. Wow. Team ausgelöscht. Ha, ha, ha. Hab ich mich jetzt erschreckt, ey. Fuuuck. Ich weiß nicht, ob du davon Gebrauch machen willst. Boah, ich bin so... Kannst du dir noch ein Dröhnchen kaufen und eine Selbstwiederbedingung für dich? Ähm, 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 ja, Selbstwiederbedingung kann ich ja selbst. Äh, wo, wo, wo lag der andere? Urlaub Nummer zwei. Ah, die haben nur Kilos. Keine schöne MP. Oh, jetzt bin ich wach. Guten Tag, ja. Hallo. Ein Heli. Oh, da fliegt der. Ah, jetzt ist der Heli, oder? Ja, ne, aber da ist noch einer. Ah, ist der ausgestiegen. Ist ausgestiegen. Der ist da auf dem Dach. Ja, ich seh den. Der ist da. Ist jetzt hinter diesem Vordach. Ja, 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 ich hab den gesehen. Hoffentlich klettert der hier auf den Turm. Dann könnte man den runterholen. Oh, die sind unser Kopfgeld hier gefahren. Ja. Die sind zur Kaufstation gefahren. Sollen wir in die Richtung gehen? Zieh den Typen nicht mehr her. Ja, komm, lass zum Kopfgeld. Der hat seinen Kollegen wieder gekauft. Das heißt, er ist noch alleine. Ja, aber der fährt weg. Den hätte ich ja so gern gehabt. Na ja. Sollen wir uns nochmal nach dem da hinten umgucken? Ja, komm, lass mal hier rein oder so. Keine Ahnung. Wird unbedingt Stress, ne? Ist ja nur noch 20 Sekunden, dann lass uns hier die Flagge machen. Wir holen direkt das nächste Kopfgeld hier drüben, oder? Ja, aber eine Flagge ist doch auch wertvoll. Ich bin ein bisschen auf die Jagd. Ich glaube, wir gehen ein bisschen auf die Jagd. Ja, mach, was du willst. Wie gesagt, ich bin ja bei allem dabei, wie gesagt. Wie du magst. Der Typ, der wird ja immer noch sichtbar sein, denke ich. Deswegen, wenn wir uns nähern, dann kriegen wir schon Bescheid. Ah, die sind auf jeden Fall nicht in dem großen Haus. Das ist ja schon irgendwie wert. Das Haus, wo die drin sind, obwohl, ja, die gehen jetzt zum großen. Vielleicht. Ja, doch, die sind da auf jeden Fall. Ähm, ja. Ah, oben, ja, hier. Im ersten Stock. Da habe ich gerade was gesehen. Da habe ich noch gesehen, sie sagten, nix. Ja, wir sind ja noch im... Achso, du bist schon näher. Doch, 30 Meter, 30 Meter, die sind sichtbar. Wie viele, zwei? Ja. Ja, zwei. Die sind auf jeden Fall oben. Ja. Eine direkt über mir und einer weiter, ähm, Richtung Orange. Ja. Komm, wir sind hoch, dann pushen wir die. 14 Meter vor mir jetzt. Sechs Meter. Könnte natürlich auch sein, dass die jetzt hier sind. Warte, ich gehe aus, ich gehe aus, die Leiter hoch, ich gehe aus, die Leiter hoch, das raffen die eh nicht. War doch kurz, war doch kurz, war doch kurz, ich nehme mir hier die Leiter vor. Gehe, ich bin oben? Ja, einer ist rechts an meiner Treppe und wartet nur auf mich. Beide sind jetzt da. Ja, nee, kannst du vergessen. Nee, kannst du vergessen, Alter. Ich kämpfe mir vom Bett weg. Ich musste wieder runter. Einer eliminiert und der andere, der andere wird vollstreckt. So, der andere wird vollstreckt, fertig. So, nicht anders. Ach, ich, Jod, ich habe ja Overkill, warum wundere ich mich, dass sie mich sehen, Alter? Die haben mich ja auch gesehen. Ja, aber die waren eigentlich nur, die haben eigentlich nur auf mich gewartet hier. Ja, okay, also als ich die Tür aufgemacht habe von außen da, von der Leittreppe da, komm mal hier, da, wo du jetzt bist, da saß hier einer. Hier saß der, so. Ja, ja, die saßen auf beiden Seiten. Der eine saß da und der andere da. Ich habe ja ständig den Lauf da rausgucken sehen von den Typen. So, wir können noch ein bisschen Zeug kaufen. Hier, Gasmaske und... Ja, stimmt. Boah, der regt mich ein bisschen auf hier, der, ne? Und Drohne. Sollen wir uns unsere Ausrüstung da hoch? Ich hätte mir noch Geist geholt. Oh, mal auf dem Berg. Sollen wir den holen? Ja, dann lass uns mal hier hochgehen. Weil fliegt der, oder ist der einfach nur... Der würde auf dem Berg sein. Ah, der snipet, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Na gut, jetzt ist er weiter hinten auf dem Berg. Ja, der rennt weiter hoch. Ja, wir müssen ja auch hoch für unsere Ausrüstung. Da können wir mal... Ich sehe ihn, da. Der snipet auf jeden Fall, kann ich dir sagen. Ja, ja, ja. Weiter links an dem großen Baum. Chillbreak. Ja. Oh, da, und da. Boah, ne, den kann ich sehen. Der ist zu weit weg. Ja, selbst mit diesem dreimal Visier oder so, ist der einfach nur weg. Boah, der geht aber stiften. Guck mal, der rennt um sein Leben. Ja, ich sehe ihn aber noch. Da rechts. Der snackt wieder. Der hat keine Panzerung an. Ha! Siehst du den, ja? Na ja, aber mit keiner Kugel getroffen. Wir müssen ihn nur einigermaßen gut treffen, dann liegt er. Der hat keine Panzerung. Ja, der wird sich, glaube ich, nicht nochmal trauen, da rauszugucken. Nur mit einer Kugel. Ich überlege, wo wir hin sollen, oder ob... Sollen wir nochmal hier runter? Jo. Wie gesagt, ich mache alles Mögliche mit. Oder hier, oder... Egal. Das Kopfgeld wurde gerade weggeholt. Okay, wo war das nochmal? Äh, hier so ungefähr. Ah, es wird angekossen. Uh, die sind aber schlecht. Direkt vor dir jetzt. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja. Uh. Können wir machen, die Flagge, oder? Wenn die sonst nichts ist. So Kopfgeld mäßig. Für Flaggen bin ich immer zu haben. Magst du noch ein Trophy mitnehmen? Ja, ich kann was tragen. Dann laufen wir gerade nochmal an der Ankunftsstation vorbei und ich hole nochmal eine Drohne. Ja, das klingt gut. Drohnen sind doch nie verkehrt. Hast du ein, ähm, Cluster oder sowas? Nee, ich hab gar nicht. Kannst du ja auch holen. Was, ich hör was? Und hier? Ich geh in die Richtung. Vielleicht dich? Nein, 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 hier kommen zwei rein. Ja. Ja. Schnell, schnell, beide, beide Pfanzer weg. Beide am Pfanzer weg. Einer ist direkt links, rechts neben dir. An der Tür. Ah, Spitzamilie zu hören. Einer ist die Treppe hochgelaufen. Oh Mann, ey. Und wieder? Ist das das Haus, wo du drin bist? Ja. Ja. Hier ist voll die Kacke am Dampfen gerade. Siehst du sie? Von oben. Ich bin aber hier gelandet, das war falsch. Ich kenne mit der SKS. Die aufgehoben SKS. Die Team. Ich bin ausgelöscht. Boah, Ficker, ey. Der ist mit der SKS, ey. Patrick, was ist hier wieder los, Mann? Warte, sich mit der SKS zerstören lassen, ey. Könnte nicht. Was ist hier wieder los, Alter? Ja, aber jetzt auch keine Perks oder so. Boah, das wäre nicht so schlimm. Boah, könnte ich kacken gehen gerade. Was ist hier? Oh Mann, ich bin da. 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 SKS vom Boden killen lassen, Idiot. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie. Weißt du, auf einmal waren die weg. Weißt du, du gesagt hast, ah, die sind da beide, Shitbreak und höh, und dann sind die weggelaufen und ich hab sie gesucht. Aber der, der mich auch gekillt hat, mit der Spezialmunition, das war der, der auch oben war bei mir. Der war irgendwie ein bisschen gelähmt. Ach, war das, war auf jeden Fall wieder cool. Warte, auf den Kopf, gehören wir uns. Da. Ah, Gegner. Direkt vor uns, direkt vor uns. Shitbreak, holen wir. Nice. Warte, wir haben festgelegt. Illuminiert. Noch einer. Da noch einer? Ja. Weil, die Deckung nicht schon mal mit Platten. Ich weiß nur nicht, wo genau. Ah, hier. Gegenüber, da. Beschäftigen wir mal ein bisschen. Berend ich meine Platten anziehen. Oh, nice. Sehr gut. Spacken, ey. Mann, Patrick, was ist hier los? Er hat uns aber schöne Drohne gebracht. Oh, ne Mine. Ich hab nix mehr zum Werfen. Ja, Patrick, wir müssen jetzt in die Sicherheitszone. Militärbasis. Sollen wir uns schon irgendwie wo in die Militärbasis hinsetzen? Äh. Ja, das können wir auch weiter jagen. Nur mal, hier ging grad irgendwo ein Sniper-Schuss hin. Bei mir. Verbündete Drohne ist in der Luft. Ah, wahrscheinlich von dem da. Doll. Wo will der denn sein, da vorne? Ah, ne. Da bei Orange. Okay, ja, der ist weg. Nimm das nächste an. Nein, nein, nein. Der ist, hä? Der geht wieder runter, oder? Nimmst du das Kopfgeld an? Hab ich schon. Hä? Hä? Der ist auch schon irgendwie verschwunden, dass ich ihn angenommen hab. Kann sein, dass irgendwie da man da so einen Trostpreis bekommt. Komm, ich geh jetzt nicht zu dem. Das hatte ich auch mal. Da wollte ich einen Auftrag annehmen und da hieß es, irgendwie geht nicht, weil, keine Ahnung. Und ihr bekommt einen Trostpreis oder so. Ersatzpreis oder so. Ich komm, dann nehm ich scheiße grad an. Er hat schon wieder einen Schuss vor mir, äh, auf den Boden. Doch, ich hab's geschafft. Ach, Menschenskinder, bin ich schlecht. Ja, schon wieder. Ja, schon wieder, hä? Komm ab in die Sicherheitszone. Hier im Haus wären wir noch drin. Wie gesagt, äh, etwas weiter rechts, ne? Da lief so ein einzelner Typ rum. Keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Der Kreis schließt sich, bringt euch in Sicherheit. Das Kepperhaus da oben, wo immer jemand lungert. Hier könnt ihr ja auch mit drin sein. Ja, ich hab gern ein Kopfgeld gehabt. Da brummt auf jeden Fall eine Kiste. Okay. Ah, ich hab keine Perks, hab ich ganz vergessen. Ich hab die Rode rum, der so lange um die Waffe wächst. Sollen wir weiter mitten rein? Ja, schon gut. Äh, das Auto hier rechts, das ist nicht normal. Das ist auch, äh, lackiert und so. Also da könnte jemand drin hocken. Sollen wir mal gucken gehen? Ja, willst du riskieren? Komm, wir setzen uns irgendwo in die Militärbasis und machen da Dröhnchen an oder Aufträge oder sowas. Wir wollen, wir wollen ja den Sieg mit Ansage nicht, äh, nicht, äh, ver- 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 Da wird jemand gekauft, auf jeden Fall, bei der Kaufstation da hinten. Sind nur noch 16 Spiele, guck mal. Ja, ja, deswegen laufen wir auch hier grad rum, als würde der Laden uns, ne? Der Laden gehört uns, immer. Immer. Hier sind sie auch 13. Erstmal hier rein. Ja, ja, ich hab gesagt. Wir können von mir was weiterziehen, die brauchen nur halt einen kleinen Überblick. Guck mal, da in der Einkaufsstation. Ja, ja, abgesehen, abgesehen. Ist einiges los. Ja, ich seh's auch laufen, da hinten. Komm, wir bleiben grad mal hier drin, bis die Sicherheitszone da ist. Bis das Gas da ist, ja? Vielleicht kommt ja noch von hinten die Autos aus den Häusern, wenn da welche waren. Alter, ich zitter am ganzen Leib, ne? Ist mir kalt oder bin ich aufgeregt? Oder krieg ich die Parkinson? Puh. Ich schlieg mal grad ne Mini hier in den Gang, falls einer von hinten kommt. Das wär uncool. Entweder war das das Gas oder irgendwas hat sich da hinten bewegt. Kann sein, dass das Gas war. Ich schlieg mir das Gas hier so ein paar Meter vor der Wand ist, dann wisst du, ob er da kommt. Also ne Drohne. Du hast doch ne Drohne, gell? Hast du ja eben gesagt. Ne, die hab ich eben eingesetzt. Achso. Schon? Hab ich gar nicht mitbekommen. Nur noch elf Spieler. Boah, da kommt doch keiner mehr. Ja, aber trotzdem, ne, wir sind vorsichtig. Die könnten ja überall sitzen, die Typen. Boah, was zitter ich so? Ja, ich seh da auch keiner mehr laufen. Grad. Weiter links. Läuft doch nix. Ne, da kommt keiner mehr. Ja. Okay. Aber wir bleiben so lange, also schön vorsichtig, bitte. Wollen wir hier hoch auf den Berg? Ja, warte, neue Sicherheitszone. Ähm. Ja, Gas entlang am besten auf den Berg. Guck mal, da ist ja auch unsere Ausrüstung. Und fast alles voller Sports. Wo wir oben an der Mauer, ist immer risky. Herr Schatz, das sagt aber nicht. Vor uns, vor uns. Die ist angehörtet. Die hat auf jeden Fall keine Panzerung mehr. Das war eine Mara. Weil ich glaube mal hinten rum, hier kann ich nicht. Ist die, ist die links in die Mauer? Ja. Nicht zichtbar auf den Wertschlag. Die ist links rein, ja. Ja, ich seh's. Die ist dahinter. Die Panzerung ist auf jeden Fall angewächst. Panzerung ist weg. Hinterm Stein zieh. Du musst recht. Dann war das, die die Solo war. Zieh deine Platten an, bitte. Ja, die scheiß, die scheiß Panzer, äh, Masken. Scheiße, da. Hier hast du noch ne Tasche, falls du brauchst. Ich hab ne Tasche. Ich muss ihre Maske holen. Ah, ja, der hat eine. Aber wir gehen hier an der Mauer entlang. Scheiß mal grad auf die, äh, auf, auf die Kiste, auf unsere Ausrüstung. Ist ja auch so ein bisschen, ähm, im Köder, sag ich ja immer. So, guckst du noch vor. Wo? Okay. Der ist weg. Der ist nach links gelaufen. Nach hinten links. Na, der snipet. Der snipet zwischen den Bäumen. Zwischen den Bäumen snipet der. Ah ja, schießt auf mich. Komm mal runter. Wenn du nicht schulst. Oh, Angst. Der ist an der Wand. Immer noch an der Wand. Ja. Der kommt zu dir. Zwei. Hä, wie, ey, der kommt jetzt einfach schossen. Einer eliminiert. Der andere ist irgendwie weiter links gewesen. Ne, ne, beide sind jetzt K.O. Aber ich hab nicht K.O. Aber ich hab nicht K.O. gemacht, den zweiten. Der wird von der Militärbasis unten irgendwo beschossen. Zieh deine Platten an, bitte. Ja, ja. Okay, die sind jetzt beide, die sind jetzt beide down. Dann müssen sie in der Militärbasis. Das ist doch die letzten. Ah, ne, hier sind noch drei Spots. Ah, drei voran ist kurz. Komm mal, komm hier rein. Unten bleiben. Hier oben auf dem Dach. Einer K.O. Das sind die letzten beiden. Das sind die letzten beiden. Ja, einer ist K.O. da auf dem Häuschen. Und einer ist links. Sind die also links in diesem Dörfchen da? Ja, hier, hier, hier. Hier, wo ich markiert hab. Da war einer K.O. Die sind jetzt hier drin. Bei Orange. Eine Panzerung weg. Einer K.O. Und eine Panzerung weg. Direkt vor dir eine Panzerung weg. Rechts von dir. Wahrscheinlich. Ach, nein, nein, nein. Der ist direkt links von dir. Direkt links. Sarf links. Jawoll. Nice, das war's. Oh, nice, Dicke. Mit Ansage. Sieg mit Ansage. Ja, nice. High Five. Fein. Oh, ich bin voll aufgeregt gewesen. Geistig krank. Nice. Ruhig und koordiniert. Wenn du jedes Spiel sein würdest. Gleichermaßen auch ein bisschen. Gleichermaßen auch ein bisschen gierig. Ja, eine gesunde Portion Gier hat doch keinem geschadet. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Das hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. So, jetzt sind halt meine K.O. Aber warum zitter ich so? Boah, das ist doch immer normal. Scheiße. Ja, okay.